Erkennen ist krasser als Tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Und heute möchte ich mal eine Folge machen gegen das oder des Vergessens. Kennst du das auch? Also ich bin ja Brillenträger und es gab mal so die eine oder andere Situation in meinem Leben, dass ich meine Brille gesucht habe. Jetzt muss man einfach mal dazu sagen, ohne diese Brille sehe ich weit, weit schlechter. Und das hätte mir ja auffallen sollen und trotzdem war irgendwie der Ort weg. Oder kennst du das? Du gehst aus dem Haus und Schlüssel vergessen, Portemonnaie vergessen. Ja, all diese wirklich störenden Dinge des Alltags, wo wir ja so schön sagen, was du nicht im Kopf hast, musst du denn in den Beinen haben. Und das hängt so ein bisschen mit unserem Gehirn zusammen und wie unser Gehirn aufgebaut ist und dass unser Gehirn tatsächlich auch vergessen muss. Und da gibt es ganze Forschung natürlich drüber und das wird jetzt hier kein, ich sage mal, wissenschaftlicher Vortrag von mir, deswegen bleibe ich mal ein bisschen an der Oberfläche. Wir brauchen das Vergessen. Also dieses Vergessen, wo wir normalerweise sagen, boah, Mensch, das ist echt eine Fehlleistung meines Gehirns, also völlig nervig, das brauchen wir. Denn ohne das Vergessen könnten wir nicht abstrakt denken. Das ist eine völlig irre Sache unseres Gehirns. Also unser Gehirn braucht ein wenig Platz, ein bisschen Rechenkapazität. Du kannst dir so dein Gehirn mal vorstellen wie eine Festplatte, die nur bedingt aufnahmefähig ist. Und da brauchen wir etwas, um diese Festplatte zu löschen. Es geht jetzt nicht darum, dass du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann werde ich mich nicht mehr erinnern, sondern es geht hier heute tatsächlich um das Vergessen. Unser Gehirn braucht also mal so eine Pause oder braucht eine Festplattenlöschung. Das kennst du auch. Das passiert nämlich, wenn wir schlafen. Wenn wir schlafen, bekommen wir keinen neuen Input. Also unser Bewusstsein ist total wichtig dafür, dass wir uns erinnern. Unser Bewusstsein, mit dem wir den ganzen Tag neue Impulse aufnehmen, mit dem wir den ganzen Tag mit unseren Filtern die Welt sehen. Dieses Bewusstsein speichert die ganze Zeit etwas auf eine Festplatte. Und das bewusste Denken macht doch sowieso schon, dass du so alle 10 Sekunden, alle 20 Sekunden gewisse Eindrücke, die du eben erlebt hast, vergisst einfach, löscht, sofort löscht, weil sonst werden wir überfrachtet mit Sinneseindrücken, mit Gerüchen, mit Gefühlen, mit allem, was wir so am Tag oder in den Sekunden erleben. Und das ist schon eine ganze Menge. Und wenn wir schlafen gehen, dann wird das Bewusstsein ausgeschaltet. Wir in der Hypnose sagen Trance dazu, andere Menschen haben andere Begriffe dazu. Und das ist so wichtig, dass wir zum Beispiel beim Schlaf keine Sinneseindrücke aufnehmen, weil unser Unterbewusstsein und der restliche Gehirn die Zeit braucht, die Eindrücke des Tages zu verarbeiten, um dort Dinge abzuspeichern, neu zu ordnen in unserem Gehirn, damit wir uns zum Beispiel an neue Gegebenheiten, an neue Lebensgegebenheiten anpassen können. Und damit wir am nächsten Tag auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, den wir den Tag vorher oder die Tage vorher gemacht haben. Jetzt ist das so eine Sache. Also es ist natürlich super, dass wir vergessen. Denn überleg mal, du wüsstest jetzt sofort, wann du welchen Kuli nach rechts auf den Schreibtisch gelegt hast oder solche Sachen. Das ist ja völlig unsinnig. Das brauchen wir zum Teil nicht mehr. Vor allen Dingen brauchen wir die Information nicht mehr, was letzte Woche war. Also wenn es um diesen Kuli geht, wann hast du den letzte Woche wohin gepackt? Das ist ja unsinnig, weil in der Zwischenzeit haben wir diesen Stift oder diesen Kuli meist ja schon viel häufiger genutzt. Oder das Auto. Weißt du noch, wo du letzte Woche am Mittwoch gegen 10 Uhr dein Auto geparkt hast? Also in den seltensten Fällen wissen wir das. Außer du bist natürlich jetzt gerade im Urlaub und sagst, ja, 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 letzte Woche bin ich losgefahren, das steht im Parkhaus am Flughafen. Das ist natürlich wichtig, diese Erinnerung, die du da hast. Sonst bist du ja, also wenn du das vergessen würdest, wäre es, ich sag mal, eine etwas schwierigere Heimreise. Allerdings, wenn du den Wagen jeden Tag genutzt hast, ist diese Information völlig sinnlos für dich. und das ist natürlich etwas, das würde dich aufhalten. Also es würde dich in deinen Denkprozessen aufhalten, wenn du dich an alles erinnerst. Es gibt ja Menschen, die können nicht vergessen und die haben tatsächlich eine Herausforderung im Leben, dass sie dieses Leben wirklich so zu wuppen, wie du und ich. Jetzt passiert aber beim Vergessen auch nochmal etwas anderes, denn wir vergessen ganz häufig auch die Dinge, die uns gut tun. Ich habe mit einer Klientin gesprochen, die hat gesagt, ich habe ganz viele Jahre meditiert und mir hat das gut getan. Ich war ausgeglichen. Ich war voller Kraft, hatte eine innere Ruhe. Und dann ist was passiert in ihrem Alltag, dass sie gestresst hat. Und dieser Stress führte dazu, dass sie sich neu anpassen musste an ihren Alltag. Also das heißt, es war nicht nur einmal so ein Stress, sondern dieser Stress blieb eine Zeit lang da. Und ihr Gehirn brauchte also reichen Kapazität, um sich der neuen Gegebenheit anzupassen. Und dann hat dieses Gehirn etwas getan und das tut es bei den ganz vielen Menschen auf diesem Planeten anscheinend. Ich habe da jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung drüber. Ich weiß es nur halt durch meine langjährige Erfahrung als Coach, durch meine Klienten, die mir das immer wieder erzählen. Das überschreibt dann auch die Dinge, dass wir vergessen, was uns gut tut. Das heißt, du hast bestimmt mal Rituale in deinem Leben gehabt. Du hast bestimmt mal eine Zeit lang Dinge getan, die dir wirklich gut getan haben. Entweder dich regelmäßig mit Freunden getroffen oder halt zu meditieren oder mal so zehn Minuten auf einer Bank zu sitzen und einfach im Hier und Jetzt zu sein. Oder du hast gute Bücher gelesen, die du jetzt nicht mehr liest. Oder, 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 oder. Also kannst du dich mal daran erinnern. Was tust du aktuell nicht mehr, was dir gut tut? Was hast du einfach aufgehört zu tun? Und das ist der Grund, weswegen wir Coaches immer sagen, schreib dir etwas auf, schreib dir Visionen auf, Ideen auf, kreative Gedanken, weil die nämlich sonst aus dem Kopf raus sind. Und wir sagen natürlich ganz häufig auch, mach das händisch, damit du auch dieses haptische Gefühl hast, dass du diese Erinnerung auch haptisch abspeicherst, dass du was Cooles gedacht hast, dass du etwas Cooles für dich entdeckt hast, dass du Dinge getan hast oder tun möchtest, die dir gut tun. Denn das ist auch etwas, was ich bei meinen Klienten immer und immer und immer wieder feststelle. Wenn ich mit ihnen rede und sie feststellen, oh ja, so möchte ich denken, ich möchte anders denken. Oder, oh ja, diese Handlung möchte ich gerne umsetzen für mich, weil mir die gut tut. Dann passiert das in diesem geschützten Rahmen des Coachings. Und da ist es großartig. Dann gehen sie gestärkt aus dem Coaching raus. und am nächsten Tag machen sie das Mailprogramm von der Arbeit auf. 500 Mails. Chef ruft an, die nervige Kollegin, der nervige Kollege. Irgendjemand sagt was Blödes oder sie fahren einfach nur zur Arbeit. Und hier in Hamburg ist Autofahren wirklich kein Spaß. Ja, und schon sind diese ganzen Gedanken weg aus dem Kopf. Und der Alltag ist wieder da. Und der Alltag ist nicht unbedingt unser Freund. Der Alltag, der sagt uns, was so normal für uns ist, was wir zu tun haben. Der sagt uns ja, erst musst du die Mails abarbeiten, dann musst du den Kunden anrufen. Der wartet ja auch schon seit zwei Tagen auf den Rückruf. Oder du musst dringend einkaufen, weil der Kühlschrank leer ist. Oder wie auch immer, die Wäsche waschen. Der Alltag sagt uns die ganze Zeit, was wir zu tun und zu lassen haben. Und über diese ganze Informationsfülle, die da auf uns zukommt, vergessen wir einfach die Dinge, die wir anders machen wollten. Und deswegen ist mein Tipp von mir heute an dich, erinnere dich doch wirklich mal daran, was dir gut tut. Wann hast du Dinge getan, die dir gut getan haben? Und frag dich mal, warum hast du denn damit aufgehört? Und wenn du dich heute daran erinnerst, an die Dinge, die dir gut tun, dann, ja, mein Tipp, schreib sie auf. Schreib sie auf einen Zettel und zwar nicht in einem Buch, sondern schreib sie so auf, dass du sie siehst. Klebe sie auf den Küchentisch oder an den Küchentisch oder an Orte, wo du ganz häufig bist. Und hilf dir, dich zu erinnern, dass du morgens vielleicht mal eine halbe Stunde laufen möchtest, dass du morgens mal eine halbe Stunde meditieren möchtest, dass du das Morgens machen möchtest. Und dann planest du dir ein. Und wir haben so wunderbare Funktionen an jedem Telefon. Und das nennt sich Kalender. Und da trag dir die Dinge als festen Termin ein. Und zwar so, als wenn du arbeiten würdest. Ein nicht umzustoßender Termin. Und Achtung, Sobald du eine Ausnahme machst bei solchen Dingen, die dir guttun, also sagst, okay, mach ich heute nicht, weil ich hab noch so viel zu tun, mach ich morgen. Sobald du ein einziges Mal eine Ausnahme machst bei Dingen, die dir guttun, steigt deine Gefahr, dass du sie danach nie wieder machst, um 90%. Und das ist etwas, was auch ein Phänomen bei uns ist. Sobald wir mal eine Ausnahme machen, brechen wir die Regel und machen diesen Bruch der Regel zur neuen Regel. So dementsprechend denk dir immer drüber nach, was will ich wirklich und was bin ich bereit zu tun und wo bin ich bereit, auch mal Nein zu sagen, damit ich die Dinge tue, die mir guttun. Und wann bin ich bereit, Ja zu mir zu sagen. So, das ist so mein kleiner Impuls für den Mittwoch. Und vielleicht fallen dir die ein oder anderen Sachen ein, wo du sagst, wow, die mach ich ja schon ewig nicht mehr, die haben mir richtig gut getan, dann schreib mir doch. Sag, erzähl mir mal darüber. Erzähl mir mal darüber, ob ich hier gerade den Nagel auf den Kopf getroffen habe in diesem Podcast und lass uns doch mal schnacken, warum du das vergessen hast. So, für heute sage ich Magic Your Life, denn Erinnerungen sind manchmal sehr magisch. Und bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.